Oh, hier bei Ich bin ein Star, lass mich wieder rein, ich bin der Walder und ich glaube, ich weiß das Ergebnis vom Finale, ja, aber ja, und ich weiß, dieses geheime Video darf niemals gesendet werden, ja, weil ich weiß das Finale schon, wie es ausgeht, ja, und im Dschungelcamp 2016 sind bestimmte Leute wieder drin, das ist klar, ja, und die Sendung Ich bin ein Star, lass mich wieder rein, ist fantastisch, im Großstadt-Stadt-Dschungel die Mission zu bestehen, die Challenge zu schaffen, ja, aber dieses Video darf keiner ansehen, ist ein ganz geheimnis Video, ja. Ich wünsche euch viel Spaß, euer Walder und schaut dieses geheime Video nicht an, das ist streng verboten. Tschüss.